Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Fallout New Vega Ja, das ist schon fängt gut an, Fallout 4 Ja, das ist absolut korrekt, Piper Absolut Wiedersehen macht Freude, das denke ich mir auch immer bei Sachen, die ich an Freunde auch verleihe Und irgendwie müssen wir in dieses Gebäude rein Weil da hat uns die Fährte, die Dogmeat aufgespürt hat, hingeführt Oder was? Oha Das ist natürlich nicht ganz so gut Ich hab das Gefühl, das ist hier ziemlich befestigt Befestigt Ja, den Befester, Betester Nicht, nicht? Okay Okay, der war auch vielleicht nicht so gut Wieso ist das denn hier dunken, dunken, alles klar Wieso ist das denn hier unten genauso hell immer noch? Wer ist das? Ja, ja Die Borstation Das ist bestimmt ein Ort, den wir dann irgendwann einnehmen können Ganz böse Äh Auf jeden Fall, wo ist der Eingang? Ich hatte den gerade doch gesehen Äh Ach, da hinten Hallöchen fort Hagen Hagen Ich weiß nicht, wie man es ausspricht Hagen Hagen Find einen Weg nach Verteidigung Befehlung entdeckt? Seltsam Scheiße Das ist alles nur kein Roboter Die sind stark Gut Das wäre es Kann wenigstens Piper dabei sein? Dann hätte ich etwas, was den, äh Beschuss auf mich hängt Naja, vielleicht kann ich ja irgendwas hier an dem Terminal Äh Ja, mach doch schon mal Ähm Hier Boot Force Ein Treffer Ähm Armed Drei Treffer bei Armed Äh Confirm Das hätte das R Frame kann aber nicht sein Adobe Ist das nicht eine Marke? Adobe Adobe Ich hätte jetzt gedacht, das wäre halt die Marke von Adobe Flash Also halt Adobe Wie man es halt kennt Ähm Das kann aber auch nicht sein Slate Nope Ist auch nicht drin Ähm Mises Nope Fett Nein Trash Nein Ähm Groni Trash Nein Freed R Und dann das zweite E und D Endurch Logisches Denken Dann geht das Protektorensteuerung Ähm Standard U-Bahn-Begleitung Feuerwehr Erste Hilfe Da hoffen wir mal Dass das was gebracht hat Ui Es sind Zinfs So Ui Ja da haue ich nur die Bilder von der Wand Och komm Was ist das denn Mensch Aua 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 Ähm Gut das hat gar nichts gebracht Dass ich das Wasser getrunken hab Der Typ hat aber auch wieder eine Genauigkeit wie eine Kürbis Ich habe sie geortet Das ist zugekettet Da kann man nicht rein Möglicherweise Das Radio Wir haben sie wohl verjagt Nein haben wir nicht Es ist Hagen Ich sage gut dass wir das wissen Hörte durch Oh Oh Mensch Ich habe sie fast gar nicht erwartet Na Hui Ich glaube ich muss ein Waddedway nehmen Tatsächlich mal Zweites Aufbereitet das Wasser Guck mal Guck mal Waddedway Mach nicht mehr die ganze Die ganze Strahlung bei mir weg War ein super Schuss Na Na Hui So Was 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 Hey Da draußen ist was Aua 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 Ja jetzt stehe ich ja super So Aua 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 Ja der ist zusammengeklappt So Was machen wir da hin Ich weiß es nicht Es könnte ein Simf sein Aua Nehme herz mit Tü zu Dann kann er hier in Ruhe laufen Ähm Oh eine Sprengstoffkiste Oh Woher Woher Geschafft Lötthof Schlitte Gonderte Schlitte Miene Warum nicht Aua 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 Oh Oh Tesla Spule Oder was ist das Na In die Schulter Du kannst nicht mehr schießen Das hätte mich jetzt auch gerade wirklich gewundert wenn das nicht mehr gekloppt hätte So hier ist nichts Fuck Aua So Es hat wenig gebracht Wow Ich Pfeifer So macht man das Mensch 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 Die Zunge mitnehmen Schöne Zimmerpflanze Ähm Was haben wir denn hier Ich habe den Den Gefühl Ich habe den Gefühl Dass hier ein Gefahr könnte Wow Oh fuck Oh Gott Mach 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 Ich werde sterben Ich werde sterben Ähm Weiß Ein Stumpferzeug Oh gut Das wird jetzt gewonnen Na Jetzt aber Die fallen zur Zeit immer so Finde ich ganz interessant Äh Aha Aha Ah Der hat natürlich auch wieder was dabei Oh Klebeband Das ist gut Und Seife Er hat die Seife fallen lassen Sie haben sicher schreckliche Angst Ja total Achso Ich dachte es wäre dieses Gerät hier Scheiße Ja Äh Oh Nett Ich mache die Tür trotzdem Willst du mir wieder zu Ist hier irgendwas Achso Ich gehe davon ganz stark Aus Kommst du mit Da ist das Das stock weg ist Wo wir jetzt hin müssen Gar nicht Es sieht so aus Jetzt wirst du noch weiter Oh Du ähm Was war das Ich weiß nicht Aber es ist kaputt Ich habe wieder so eine Tesla Schwule Piper Es gibt Inkompetente Menschen Es gibt Piper Es wird nicht lang dauern Bevor ich sie Was ist das Kommen Werf Achso Achso Das ist einfach nur Ein sekundärer Weg Ist die Tesla Schwule Das scheint die Lärzen zu sein Nee 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 Da ist kein Scheiße Mega Der Buch Ich mag das ja wirklich Mit diesen Ähm Mit diesen Äh Dass die sich mutieren Finde ich ganz lustig Äh Klebeband Abraxoputzmittel Äh Und eine Institutspistole Nett Alle 20 Sekunden Eine Chance Von 30 Kurze Ein Nahkampfangreifer Im Band zu setzen Ein Einbringling Vernichten Gericht Bei unserem letzten Treffen hast du es dir noch Zwischen Bohnen und Apfelkuchen Gemütlich gemacht Äh Emaille Fabrik Übrigens die Wo Schindler damals Im zweiten Weltkrieg Ähm Die Mehreren Tausend Tausend Juden Äh Gerettet hat Das war die Deutsche Emaille Fabrik Ich hoffe das sind Plastik Äh Dinger Ich weiß jetzt gar nicht Wie ich es anders sagen könnte Oh Ja Ein Bier Klar eine Brotdose Bier und eine Ter Äh Was Und eine Terbiere Achso Ich dachte schon Äh W-w-w-was Ist das eine Aluminiumdose Damn son Wait to find this Ich habe Dieses Beschleichende Gefühl Dass das ein Gegner ist Ja Ganz Habt ihr bestimmt gehört Den Motor Ganz ruhig Peif Oh oh Tut mir leid Dass dein Haus Seit 200 Jahren Demoliert ist Aber ich brauche Keinen Mitbewohner Verzieh dich Nun Ich will trotzdem wissen Wer da ist Kellogg Heiei 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 Leit第二 ijuan Moving Parts Can Pack a pinch wenn du da fragst kriegst du die antwort auch wer ist da noch einer mit nahe kampf wir kommen sie darauf ich habe auf die luft geschossen dachte ich denke ich eigentlich ganz häufig aber hinter dir sind wahrscheinlich ganz vermutlich noch gegner schlagstock hätte ich jetzt auch nicht gebrauchen wo ist denn meine passieren weg einfach so ja auf jeden fall total weg ja der mutiert aber ich brenne ich brenne mir tut es weh das war sicherheitsschuss am ende noch so bieren wenn jetzt was nein das will ich gar nicht ein blutpaket dann flaschen kürz mein öl kannst du ja du kriegst kannst im backpiper jetzt seht ihr durch tiere verursachen scheinbar zu nutzen warum sind das so geile sachen die da haben was also ich dachte schon boah super mega dupin dann ist das nur so mä das ist zu aber ein stummvollzeug mich doch rache simple süße rache auch wenn rache natürlich tatsächlich nichts bringt ich habe keinen hacker skill dafür würde ich natürlich jetzt meine polo des plays bearbeiten dann würde ich jetzt irgendwie so keine ahnung wann was auch so eine pfeife sound eingebaut ich bin ich denn gerade so inkompetent ich kann man einfach nicht aus jup ja aha wir sind hier nicht allein oh ko ko hey huch ich wollte nur lala ne möglicherweise ist der gegner auch einfach nur um die ecke ich wollte kein samba machen ein dreck spiel ok kaputte klos sieht aus wie bei mir seife abraxoputzmittel alles total versifft und ekelhaft und verabschiede dich von der welt na ok tschüss jau 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 Wenn das mir schon so einfach macht Habe ich keine normalen Granaten? Oh Wie war das denn nochmal? Oh Ich frage mich Ob du immer wieder dieselben Sätze sagst Aha Oh Terpentine Die ist wahrscheinlich schwer Die sah nämlich aus dem Blei-Akku Und Blei-Akkus sind, wie wir alle wissen, schwer Weil Blei schwer ist Cool Ein super Clever Aber ist das nicht so wichtig Gerüchtigt eher unwichtig Ei, 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 ei Was ist denn hier passiert? Ei, ei, ei Ausgezeichnet Friedliche Lösung erreicht man durch überlegene Feuerkraft Du hältst 25% mehr kritischen Schaden mit Energiewaffen Ja, schade, dass ich kein Grit-Energiewaffen nutze Oder so gut wie gar nicht Macht ihr mal, ne? Ich, äh Ich, äh Guck, was hier so im Lager ist Nämlich absolut Gar nichts Nicht mal sinnlose Sachen Nein, absolut gar nichts War jetzt Nicht so Schwer Oh, ich trage zu viel Ich trage zu viel Ich trage zu viel Ähm Nein, nein, nein Ja Gewicht Ähm Das ist alles wieder so viel wert So das Institutsgewehr Ist, äh Hier die Impropistole kann ich wegmachen Die Institutsdinger Ja Und habe ich da irgendetwas Ja, hier kommen, äh Sie nehmen wir zu viel Gewicht weg Weißt du, so ganz Boah, geil Und dann gehen Geht nur eine Tür ruf Da weiß ich Die nehmen ich auf jeden Fall mit Weil das ist Aluminium drin Alter, ist das geil Direkt hinter dir übrigens Was zur heuligen Was ist denn durchfall Ich habe nichts gesagt Wo muss ich jetzt hin In das rote Ding Eine Quantum ist hier Und ein Passwort Zur Waffenkammer Aha Du hast Mumm und bist entschlossen Und das gewandere ich Aber du kannst dir gar nicht vorstellen Wie sehr du dich hier übernimmst Pff Das denkst du Auf Befehl des Instituts müssen sie vernichten Auf Befehl des Instituts Kannst du mir mal am Arsch schlecken Mich Nicht mir Oh Gott Genauso wie ist das Fazit dieser Folge Und ich würde sagen Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal